Schauß Leute, gestern wurde der Patch 0.13.0.4 aufgespielt, ein Technical Update und ich konnte den jetzt einen Stream lang spielen und ich will euch in dem Video einfach mal meine Einschätzung geben, was sich da alles geändert hat. Ich kann euch so viel verraten. Der Patch hat es auf jeden Fall in sich gehabt. Viel Spaß! In der Change Log steht eigentlich auch schon alles Wichtige. Es gibt natürlich auch ein paar Änderungen, die da nicht aufgeführt sind. Das machen sie ja immer gern, aber wir gehen es einfach mal durch. Als erstes die Änderungen. DLSS wurde geupdatet und AMD FSR wurde auch geupdatet. Ich konnte bei beiden nicht so die Veränderung feststellen. Also ich habe immer FSR genutzt. 2.2 sah genauso aus wie 2.1. Bei DLSS ist wohl ein bisschen die Verschwommenheit im Fadenkreuz auf Distanz und sowas besser geworden und bei FSR wohl auch. Also allgemein ein gutes Update. DLSS und FSR werden immer wichtiger, weil umso mehr Tarkov optimiert wird, umso mehr wird dann auch die Grafikkarte belastet und dann kann man dann da noch einiges an Frames rausschlagen, was ich auch tue. Also wie gesagt, ich spiele mit FSR und nicht mit DLSS. FSR 2.2 macht einen echt guten Job und sieht gut aus. Dann, wichtiger Punkt, angepasste Soundpositionierungseinstellungen auf Reserve und Shoreline. Ich war bloß auf Shoreline, weil im Resort kenne ich mich wirklich gut aus und da kann ich das einschätzen und ich muss sagen, der Sound ist wesentlich besser. Es gibt jetzt wieder Ebenen und man hört letzten Endes über sich und unter sich, wenn Leute da sind und man kann es wirklich gut einschätzen. Ich hatte ein paar Fights und ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht weiß, wo der Gegner ist oder überrascht werden kann. Ist eine gute Sache, also man hört nicht nur auf seinem Stockwerk, man hört unter sich, man hört über sich, insbesondere die lauten Steps wie Metall, Büsche, Holz und sowas. Das geht durch mehrere Stockwerke durch und hat sich sehr gut angefühlt und hat auch sehr viel Spaß gemacht, da im Resort zu fighten. Wesentlich besser als davor, als es überhaupt nicht unterteilt war, man alles überall gehört hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Angepasste Sound-Einstellungen auf Streets of Tarkov, genau dasselbe. Streets und Reserve konnte ich beides nicht so genau testen, aber es ist auch recht viel, um alles in einem Stream zu testen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es hier und da auch Verbesserungen gibt und der Sound in die richtige Richtung geht. Ist auf jeden Fall meine Meinung, also sie machen das gut. Es geht zwar langsam voran, aber es geht voran. Wolken, Größe und Ausbauungsgeschwindigkeit von Rauchgranaten um 30% erhöht. Ja, Rauchgranaten, nicht so interessant, sind jetzt deswegen auch nicht unbedingt interessanter, weil sie ein bisschen schneller aufgehen. Und ein bisschen mehr Rauch produzieren. Außerdem soll es da im Moment einen Bug geben, dass man bloß selber seine Rauchgranaten sieht und der Gegner gar nicht. Von daher, na, ist jetzt nicht so die große Änderung. Ein E-Mail-Benachrichtigungssystem im Spiel für gesperrte Spieler, basierend auf Bericht des Spielers hinzugefügt. Man kriegt jetzt eine Nachricht, wenn einer gesperrt wurde, den man reportet hat. Als kleine Genugtuung ist ein gutes Feature, haben sich viele gewünscht. Eine gute Sache auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wann ich da die erste Benachrichtigung bekomme. Oder ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon eine bekommen habt. Würde mich interessieren. Anpassung der Benutzeroberfläche zum Einstellen eines Angebots auf dem Flea Market. Sie haben den Flea Market ein bisschen überarbeitet und einen Klick weniger, um jetzt was reinzustellen. Man kann nur noch für Rubel, Euro und Dollar reinstellen, weil Barter Trades wurden ja deaktiviert. Dann Assessment Part 1. Übrigens, die Knackpunkt-Quest für die Lightkeeper-Quest-Reihe wurde auf komplett Lighthouse erweitert. Also der Bereich, bei dem man die Kills machen kann. Bis auf das Rogue-Gebiet. Ansonsten zählt jetzt alles auf Lighthouse. Also vom Leuchtturm bis Paths to Shoreline und bis vorne zur Brücke, wo es rüber zu den Rogues geht. Da zählen alle Spieler-Kills. Also das ist eine Riesenverbesserung und macht die Quest wesentlich einfacher. Ja, und jetzt gibt es noch ein paar Sachen, die haben sie nicht in die Change-Logs geschrieben. Und das ist, da habe ich mal ein paar Screenshots gemacht. Sie haben, beziehungsweise in Bugfixes steht es, sie haben Indoor-Nebel auf Reserve und Interchange überarbeitet. Das ist eine große Sache. Schaut es euch an. Ich habe einfach mal ein paar Screenshots heute aus dem Stream gemacht. Und so sieht Interchange jetzt aus. Also hier ist einfach, man kann da komplett hinterschauen. Da hing einfach mal gerne wirklich der Nebel. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Interchange ist allgemein ein bisschen heller und wesentlich besser. Hier genau dasselbe. Da unten war immer alles dunkel und jetzt kann man da einfach hinschauen. Gute Sache, haben sich viele gewünscht und sie haben es endlich umgesetzt. Interchange-Beleuchtung ist jetzt wesentlich besser. Dann hat sich allgemein die Skybox überall verändert. Auf Shoreline, auf Customs, auf Streets glaube ich nicht. Aber alles ist jetzt ein bisschen freundlicher, besser ausgeleuchtet. Ihr seht es, also hier der Himmel sieht blauer aus, ist eine andere Skybox. Und ich finde auch die ganzen Wettereffekte und die ganze Beleuchtung ist richtig gut geworden dadurch. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Auswirkung hat. Aber ich habe hier einfach mal ein paar Screenshots gemacht, hier jetzt auf Customs, wie das aussieht. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr, ist eine ganz andere Stimmung im Spiel. Auch hier so mit dem Nebel, auch Regen. Regeneffekte sind glaube ich ein bisschen leiser geworden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ist immer schwer zu vergleichen. Aber das ist eine große Änderung, die sie da gemacht haben, die gar nicht so in den Patchnotes drinsteht. Natürlich gibt es hier noch kleinere Sachen, Ursache, Verbindungsabbrüche. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Die Patchnotes verlinke ich euch unten. Visuelle Probleme mit Zielfernungen behoben für DLSS und FSR, das haben wir gesagt. Indoor-Nebel, Interchange behoben, übermäßige Schwanken von Vegetation, Effekte der Straßenbeleuchtung bei Überlappen von... Lauter diese kleinen Bugfixes, die merkt man dann erst, wenn man einfach selber spielt. Aber das ist immer so eine große Sache. Was auch noch geändert wurde, es gibt jetzt weniger Surge-XP. 50% oder mehr, weniger, wenn man irgendwas durchsucht. Das ist insbesondere für Leute wichtig, die Attention- und Search-Leveln. Und ja, ich muss sagen, ein sehr, sehr guter Patch. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. FPS, muss ich sagen, haben sich nicht verändert. Ich hatte teilweise auf Shoreline draußen weniger FPS, dafür im Resort ein bisschen mehr. Aber das ist immer sehr schwer zu vergleichen. Auf jeden Fall, ja, alles heller, alles sieht ein bisschen besser aus. Wettereffekte kommen besser und Interchange ist hell. Das ist eine Riesennummer. Und ich werde jetzt natürlich über die nächsten Tage das auf meinem Stream noch weiter anschauen. Und wenn ihr meine Meinung da erfragen wollt, könnt ihr das gerne tun. Also schaut mal vorbei. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider. Wird mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. Wir sehen uns wieder auf YouTube. Daumen nach oben, assigning weiter. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. anta Basta. Vielen Dank.